So, hier haben wir jetzt die Süße auf dem Arm, Kira, eine ganz schnuffige Maus, 40 cm, denke ich auch mal, vielleicht 10 Kilo oder sowas um den Dreh, wenn überhaupt, ganz schnuffiges Mäuschen. Ja, also, wenn ihr eine Pflegestelle oder gar eine Adoptionsstelle habt, dann meldet euch, die Kleine wartet sehnsüchtig auf ein trockenes Plätzchen.